Hier hält er sich fest. Okay, so kann ich das sammeln. Warum hält er sich an der Mitte nicht? Du musst bestimmt springen, damit du auf den anderen Pfeiler kommst. Aber der muss sich ja auch erstmal in der Mitte festhalten, oder? Geht das hier? Das geht, okay, okay. Das funktioniert. Aber bei denen hält er sich nicht fest. Also der schräge Funktion... Alter, ist das nervig. Holy! Oh Gott. Okay, also zack. Da sind wir da drauf. Aber... Die Hymne der Zeit hat nicht funktioniert, leider. Vor allem ist das ja nur... Vor allem ist das ja nur, damit die Tür dann wieder aufgeht, oder? Da kann ich ja auch andersrum rein. Jetzt hat das so funktioniert. So. Zack. Da hält er sich nicht fest. Hat er keinen Bock? Link, Mann! Mach doch mal was! Du musst gerade springen, damit er sich festhält. Also so meinst du? Ja, okay, hast recht. Das funktioniert. Dann haben wir den hier. Alter. Okay. Äh. Äh. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Okay. Also ich nehme... Ich nehme die 20 Minuten nur an, wenn das jetzt funktioniert. Wenn ich jetzt ein Rückwärtssaldo mache und diesen Kristall einsammeln kann, dann nehme ich die 20 Minuten. Okay? Aber ansonsten nehme ich die nicht. Ach, leck mich doch. Mann! Du hast ihn eingesammelt. Selber schuld. Ja, ja, komm. Macht mir doch 25. Alles gut. So. Aber ich nehme für dieses Einsammeln von den, äh, Kristallen... Ich nehme da maximal 30 Minuten. Sorry. Mehr nehme ich da nicht. Also insgesamt, meine ich. Ich hasse es. Ich hasse es ja so sehr. Ich glaube, auf die gespendete Mitgliedschaft von mir würdest du lieber verzichten. Oh Gott. Ja. Ah. Ah. Jetzt noch einmal. Einmal noch. Ich hoffe es klappt. Lass es klappen. Dankeschön. Und jetzt einfach wieder reinfallen ins Loch. Ah. Gott sei Dank. Okay, wir haben es. Uh. Okay. Aua. Aua. Okay, das waren die. Ähm. Ja. Wie komme ich denn da jetzt rein? Hä? Da ist eine Kiste. Oh, da ist überall Feuer. Ach, über die Ecke. Okay. Krass. Das ist ja krank. Okay. Okay. Kann ich auch droppen ohne Schultertaste? Das ist cool. Zack. Okay. 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 Item? Boss Key? Boss Key. Okay. Äh, Enterhagen. Enterhagen war das nicht. Frage ist, wo ist der Enterhagen jetzt? Meint er, wir bekommen den Enterhagen für den Boss? Droppen ist ohne Schuldertaste, ja. Weil, passt mal auf. A ist droppen. A ist dropp. Wenn ich A drücke, macht er den. Ansonsten würde er auch das Schild vorhalten. So, ich würde jetzt gerne herausfinden, was da oben lauert. Aber das funktioniert leider nicht. Wenn jemand möchte, kann er ja gerne mal drehen, das Rad. Was sagt denn dazu? Boss Fight. Haben wir noch irgendwo? Da ist noch eine Schatzkiste. Was ist denn das für ein Ort? Wo ist denn das? Ach nee, da muss man auch als Erwachsener Link hin. Da muss man quasi rückwärts gehen, ne? Okay. Ja, okay. Da gehen wir nochmal schnell hin. Hm. Äh. Okay. Ah, ich glaube, ich habe das Spiel ausgetrickst. Ich schätze mal, in der Kiste wäre noch ein Schlüssel. Okay, blöd ist jetzt halt. Ich muss jetzt nochmal die Wand hier hoch. Das ist das einzige, was blöd ist. Du, 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 du. Naja, das war schon mal nix. Hm. Ja, stimmt. Überlegt euch schon mal was. Wird schon knapp. Nee. Ach, Menno. Hm. Ich schlage euch was vor. Was wir machen, falls ihr, ähm, der Chat bestimmt die Strafe. So quasi als ein Deal von mir. Und zwar... Und zwar... Solltet ihr jetzt noch auf die Strafe kommen, machen wir das so, dass wir einfach automatisch im nächsten Stream bis 21 Uhr streamen. Aber dafür gibt es keine fünf Minuten. Für heute und für den nächsten. Könnt ihr euch aussuchen. Shit. Deal. Okay. Okay. Drehen. Okay. Okay. Ach, Mann. Hahaha. Ja, genau. Ach, ja. Schicksal halt, ne? So. Ja, wenn du oben ankommst, bist du bei uns vorher auch das Donnersturm. Ich glaub, das ist ne gute Idee. Shit. Wer den Teufel beschwört, ja. Ah, ja. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Shit. Warum sind die so unabhängig manchmal voneinander, die Dinger? Eigentlich war das ein guter Deal für dich. Ja. So schlecht ist der nicht. Aber der ist auch gut für euch. Ich denke, es ist ein ziemlich fairer Deal. Ich glaube, manchmal die Technik hat Ohren. Die hat sowieso Ohren. Ach, shit. Mann. Leute, das ist echt. Das ist so ne beschissene Wand. Ich trinke jetzt Tee. Okay. Lalalala. Ach, Leute. Und was macht ihr heute noch so? Was macht ihr noch am Sonntag? Erzählt mal. Ist doch kacke. Fünfer Minztee. Hmm. Immerhin jetzt sein können, dass du viel länger streamst. Das hätte sein können. Das stimmt. Aber halt hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. So, warte. Jetzt da. Jetzt haben wir's. Einmal noch. Nicht dein Ernst. Nein. Ich hasse das Game. Also nicht das Game, aber... Diese Wand. Leinwand zu Ende mal morgen. Uh. Kannst du ein Bild reinschicken in Discord? Wenn du möchtest. Würde mich freuen. Würde's gerne mir anschauen. So. Schau Feuerwehr. Oh. Auch cool. Ach man, ist da auch schon wieder doof. Film mit Bud Spence. Bud Spence. Bud Spence. Bud Spence. Bud Spence. Meine Güte. The Legend of the Wall. Stell dir mal vor, das ganze Spiel würde einfach nur aus dieser Wand bestehen. Ich würde heulen. Gott, ey. Auch schon wieder falsch rum. Kotzt mich das an. Wenn's fertig ist, schicke ich dir ein Bild. Super. Ich bleibe heute zu Hause, da ich heute schon einiges gemacht hatte. Zu Hause bleiben ist auch mal was Feines. Schon wieder doof. Dadad power. ich weiß nicht was ich machen soll leute das ist ja das ist so ein beschwur hier ganz ehrlich ich mache gleich ein wallhack an hahaha wallhack geht auch wieder nicht auf kann doch nicht wahr sein hier ich sterbe gleich durch fallschaden was ist denn das so die bewegen sich auch schon wieder in die falsche richtung da war prick in the link kannst du dich nicht zum eingang porten ja aber ich muss ja da hoch das ist ja die sache also ich muss ja nicht zurück ich muss ja da hoch das ist ja leider der der ganze beschub bei der sache aber mir fällt auch keine methode ein wie ich das gerade ich hätte ja ich hätte vorher ein einfach verrores sturm machen müssen da oben das wäre eigentlich die beste idee gewesen das ist auch wieder blöd naja also bekommt man die zwei stunden auch rum so das geht auch wieder nicht auf ja wenn halt wenigstens die stacheln nicht am rand wären dann könnte man wenigstens sagen hey komm ich chill jetzt mal noch mal einen ruhigen das geht auch schon wieder nicht ich glaube wir könnten einen stream info chat im discord gebrauchen wo man infos und kofi den live stream posten kann eigentlich nicht schlecht steht jetzt war ich zu langsam auch der arme link wir gar nicht wissen wie viele gebrochene beine der schnatt ich kriege einen rappel zwei zwei ja irgendwie logisch das ist eine gute idee dass es zwei sind okay kommt ja ja wir haben es geht weg 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 geh rüber komm oh gott dankeschön liebes spiel danke weg hier wie jetzt muss ich das auch mal machen ich habe doch schon alles vorbereitet ach komm komm naja geht ja schnell wir wissen ja was wir machen müssen so ach ja gut leute zumindest den sand tempel den sand tempel den geister tempel schließen wir ab ja komm wir machen den sturm hast recht falls jetzt doch irgendetwas dummes passiert wir fallen irgendwo runter machen wir mal den sturm du hast recht so und jetzt machen wir noch ein boss schön na dann ist der tempel abgeschlossen und ich hoffe dass wir vielleicht dass wir vielleicht für den boss den enterhagen bekommen weil alles andere wäre ja eigentlich oder wäre irgendwie sinnlos sag ich jetzt mal und so school die hängt da oben drauf komme ich da dran mit meiner kurzen lunde oder wird das nix mal ein bisschen so mal und 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 und